Ja, okay, ihr lieben, nächster Trailer, weil es geht ja wirklich kein Tag vorbei, wo nicht dauernd nicht nur eine, sondern multiple Scheiße- und Scheiß-Meldungen dann wir alle zu lesen, zu hören, zu sehen bekommen. Wie jetzt zum Beispiel das hier, Europa-Parlament ruft Klimanotstand für Europa aus in Form einer Resolution. So, darüber geht es dann im Hauptvideo und fuck die Henne, echt, ja, man darf sich ja trotzdem nicht so runterziehen lassen, aber es ist jetzt schon wirklich verdammt lang her, dass ich mal echt was Erfreuliches eben auch nochmal gelesen, gesehen, gehört habe oder hier auch erlebt habe. Ja, also hier meine ich in Entenhausen, in meiner so lieben Familie. Ja, 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 ja. Also, wenn ihr es denn gucken möchtet, geht das bei VK, geht das bei Bitshoot, es geht auch bei Wegnews.tv, aber da müsst ihr gucken, dass den Link, den ihr dann die Browserzeile kopiert habt, leerstellenfrei ist, denn nur so funktioniert dann auch das Hauptvideo. Freue mich auf euch und ihr dürft euch auch auf den Beitrag freuen. Tschüss!